Hey Leute was geht's? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin dieser Pato, dieser verschlafene, dieser anders verschlafene Pato, ich trottel. Ich bin so dieser andere Mensch, der dachte um 8 Uhr kommen die Rewards. Dann habe ich geguckt, dann habe ich mich wieder hingelegt, dann habe ich geguckt, die waren nicht da, habe um 9 nochmal geguckt, waren auch nicht da. Aber, 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 jetzt ist 10 Uhr 2 und die sind da. Hier in dem jetzigen Video öffnen wir gemeinsam die Bundesliga Player Picks. Bin ich sehr, sehr gespannt welche wir ziehen. Ach und hier unten in der Leiste sind Spieler, die man in keinem Video von mir gesehen hat. First Owner oder welche, die ich gekauft hatte. Den hier zum Beispiel, ich finde es sehr, sehr schade. Mohamed Salah, First Owner. 5 Minuten vor Ende habe ich den noch in einer SPC gezogen. Habe ich auf Twitter gepostet, könnt mir dort sehr, sehr gerne folgen. Twitter Pato FIFA, Instagram Pato FIFA. Mega geiler Spieler auf jeden Fall. Dann hier Oblak, Thiago, Kruse. Das ist glaube ich ein SPC Spieler gewesen. Henderson gekauft, mega geiler Spieler, kann ich euch echt empfehlen. Uppamecano gekauft, hat Mukiel ersetzt. Dann noch Gulasche gekauft, geiler Spieler, 50k. Alter, der ist unnormal krank. Gefühlt jeder Zweite hat den schon gezogen gehabt. Ich weiß gar nicht mal, an welchem Weekend League Rang ich war. Ich schätze mal Gold 2. Es war ehrlich, ja, es war mit meiner Meinung nach der schwierigste Weekend League. Wenn ich so auf Twitter gesehen habe, die Timeline war voller kaputter Controller, voller kaputter Tische, sogar Bildschirme waren kaputt. Alter, schreibt mir auch gerne mal euer Feedback der vergangenen Weekend League in die Kommentare. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Gebt den Daumen nach oben auf dem Video. Danke euch dafür. Im Anschluss an den Player Picks, ich werde die Packs nicht öffnen, weil die hebe ich mir auf für die Serie A oder eben für League R, eben das nächste, was kommen wird. Aber im Anschluss der Bundesliga Team of the Season Player Picks kommt noch ein allgemeines Best-of meiner gezogenen Team of the Season. Und ich sage nur eines, RIP Shigi, so wie schon den Titel zu lesen ist. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ich entweder den Upa Meccano ziehe oder Haaland aus Prinzip, aber so ganz ehrlich bei der Bundesliga ist mir komplett egal. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ich wünsche euch auch sehr, sehr viel Glück dabei. Nehmen wir mal mit den ganzen Lachs. Da habe ich auch noch so ein 80 plus Bundesliga-Dings. Das öffnen wir ja erstmal davor. Bam, bam, bam. Okay, 84er nehmen wir mit. Aber, 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 da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Eins von vier. Es ist Zeit, Leute. Komm, wir schnacken heute nicht so lange herum, weil das Best-of ist sehr, sehr intensiv. Da werden sehr, sehr viele Team of the Season Packs zu sehen sein. Deswegen einfach mit Nase. Erster Player Pick ist... Ich nehme Thomas Müller, Leute. Ich nehme Thomas Müller. Ich denke, Browski wäre sehr, sehr zufrieden mit Serdar gewesen in Rot. Aber Thomas Müller, vier Sterne Weakfoods. Drei Sterne Skills. Alter, Leute, es geht schlechter. Hakimi zum Beispiel, würde ich auch mal überlegen. Aber Preis, Leistung, Leute, ganz ehrlich, ich kann schon mal nicht klagen. Den wird man mit Sicherheit auch noch in der zweiten Reihe oder in der zweiten Auswahl sehen. Jan Sommer. Aber Thomas Müller, 95er Player Pick. Bin ich zufrieden. Ich denke, wenn ihr den ziehen würdet, werdet ihr auch komplett zufrieden. Oder mit dieser Player Auswahl, die gerade zu sehen gewesen ist. Ja, Leute. Let's go. Rot zu Blau. Wie jetzt Highlands. Einfach Highlands. Let's fucking go. Das ist jetzt aber zu wild, Leute. Das ist jetzt ehrlich zu wild, dass nochmal ein Thomas Müller ist. Und nochmal ein Hakimi. Okay, das ist ehrlich krass, Leute. Das ist ehrlich krass. Müller. Pizzi. Ob ich Pizzi jetzt nehme. Oder eher doch Hakimi. Hochgering. Alter, der hat eine hochgeringe Arbeitsrate. Leute, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Tarat. Vier Sterne, vier Sterne, mittel, gering. Wisst ihr was? Ich werde mich... Ich werde mich schon fast für Pizzi entscheiden. Gegen Hakimi, den könnte ich mir theoretisch auch kaufen. Aber ich glaube, ich gehe mit dem Rating. Könnte ja sein, dass noch ihnen eine krasse SBC oder so kommen wird. Deswegen, ich werde mit dem Rating gehen. Ich nehme Pizzi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit 94, 95, ich bin krank zufrieden. Und nochmal, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und noch, nochmal, gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne für mehr. Und ich kann euch jetzt schon eines sagen, Freunde. Demnächst wird ein Video kommen, da wird es um einen Kanal gehen. Es wird wirklich, ja, mit der größten Änderung geben auf meinem Kanal. Aber seid gespannt. Ich habe das schon mal in einem Stream angesprochen. Ich werde das Video auch nicht zu Hause drehen. Ich werde das außen, in Wien, gibt es ja schöne Spots, werde ich das drehen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Fragen an mich, Freunde. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt auf, ja, welche Fragen kommen werden. Falls denn welche kommen sollte. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Kanalumstellung. Alter, Leute, man sieht, ich bin im Bett gelegen die ganze Zeit. Haare auf keine Ahnung, auf Scheiße. Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß mit den Best-of-Freunden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Feiertag. Macht es gut. Ciao. Am Mittwoch habe ich meinen, meinen Friseur-Termin. Nach acht Wochen, Leute. Nach acht Wochen. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Lässt alle ein Däumchen nach oben. Dankeschön. Ich habe mir in der Zwischenzeit alles aufgehoben. Ich wollte das alles mit euch machen. Dann würde ich mal sagen, Abfahrt, Leute. Komm, da muss bitte irgendetwas kommen. Irgendein Rotz Team of the Season. Irgendeine Special-Karte. Und, ist das ein Totz oder ist das ein... Ist das ein Totz? Oh mein Gott! Das zweite Pack! Das zweite! Robberts! Yes! Das zweite Pack, Leute! Abfahrt! Yeah! Yes! So muss es weitergehen, Leute. So meldet man sich zurück. Und ich dachte, eine UCL-Karte, weil ich selbst habe das noch nicht gesehen. Es ist tradable. Es ist tradable! Oh, der Maurer. So, gehen wir mal. 50K-Pack, Abfahrt. Ich habe einfach meinen E-Totz gezogen. Den würde ich auch gerne ziehen. Ich hätte... Warte, warte, warte. Ist das ein... Der nächste Totz! Der nächste Totz! Der nächste Totz! Ich dachte, der Totz! Ich dachte... Aber egal. Nehmen wir den Tabu. Zweiter Team of the Season im Sinten-Pack oder so irgendwas. So muss es weitergehen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, schade. Das ist echt so. Ich wollte einfach mal Abstand zu dem Ganzen nehmen! Der nächste Totz! Totz! Bitte! Goodie! Nicht so Goodie! Der wird nur gezogen. Noch ein Team of the Season! Nummer 5! Wer bist du? Nein! Jakobsen! All egal! Totz Nummer 5, Leute! Und ich habe auch einen auf Twitter gelesen, der hat 200 Packs gemacht. Und ein Spieler davon hat 200k gekostet. Dann dieser YouTuber iGov. Er hat 850 Packs geöffnet. Und in der Relation her, hat der wirklich, nicht wirklich etwas Gutes gezogen. In der Relation her. Und jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, knapp 40 Packs geöffnet. Ähm, viermal Totz. Jetzt ein 88er Walkout. Oh Gott, wie ist das? Oh! Ich wusste, ich war mir gar nicht so sicher gerade. In einer Stunde haben wir sechs Team of the Season gezogen. Sehr, sehr entspannend. Oh! Der nächste! Der nächste! England! Rechtsverteidiger! Ja! Yes! Der zweite! BPL Team of the Season. Back to Pack. Team of the Season, Leute. Nach Robertson heute. Trent, Alexander Arnold, seinen Bruder. Yes! Ja, Leute! In einem seltenen Electrum Player Pack, glaube ich. Habe ich vergessen, ich weiß es nicht. Ach so, geil. Ist es trainable? Äh, untunable? Egal. Egal, Leute. Den nehme ich. Und... TOTS! Sie hat zweimal Robertson in einen Stream. Und der ist, glaube ich, untreadable. Und ich glaube, der war nur einmal seltener. Zweimal in eineinhalb Stunden. CJ, bist du da? Der ist untreadable. Da haben wir gar keine Diskussion, Leute. Der ist schon verkauft. Ey, Puppe, zeig mal Team. Das ist noch nicht mein fixes Team, mein Freund. Ja, komm! Brasilien. Das ist schon wieder... Was? Wer? Hä? TOTS Nummer 9. Okay. Mike, komm. TOTS Nummer 9. Ah, CJ hat gerade ein Update gemacht. Okay. Ja! TOTS! England! Bitte nicht, Trent! Nein! Ich muss eine SPC machen, Leute. Nein! Nein! Es gibt so viele TOTS, Leute. Es gibt so viele TOTS, aber ich ziehe heute zweimal Robertson und zweimal Trent Alexander-Arnholz. Ich hau den Rang bei Goretzka, Leute. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ist das einer? Das ist einer! Nein! Ich habe mich angehaut. Nummer 11, Leute. Ah, Kuss geht zurück, Quincy. Bitte. Okay, ein normaler Walkout. Frankreich? TV? Lovie? Der Lörres wird schwierig werden, Freunde. Wird schwer. Wird ganz schwer. Der Müller. Ich habe jetzt einen Upgrade. Habe ich Marez und Adama. Ich will auch Marez. Ich schwöre es euch. Marez ist ein sehr, sehr großer Wunschspieler von mir. Jetzt aber. Nein! Nein! Aber Kanti, Leute. Alle kommen sie mit Marez. Ich beneide euch alle. Alle mit Marez, Richarlison, Son, Aguero. Lasst mich einfach in Ruhe. Soll ich mal von da ein paar machen? Ich mache mal fünf von denen hier. Ich lasse mich jetzt gerne überzeugen. Mir haben Leute schon geschrieben, dass da welche gezogen wurden. Und ich hoffe, ich tue dasselbe. Ich habe gerade Ehe angerufen. Ich habe ihnen gedroht. Falls mit dir jetzt in den fünf Packs kein Tod kommt, dass ich Atom bombe. Oha. Oha. Ich gönne dir. So krass. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich mache es nicht. Ich habe die ganze Zeit über Marez geredet. Ich habe die ganze Zeit über ihn geredet. Und ich habe Schicke weggeschmissen. Ich trockel. Ich trockel. Schicke. 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 Es ist wirklich ein 82 Plus Pack. Und Schicke. Ich habe Schicke weggeschossen. Ich habe Schicke weggeschossen. Oh Gott. Oh Gott. Die sind ja echt krass. Danke für eure lieben Worte, Freunde. Dankeschön. Ich habe einfach Schicke weggeschossen. Ich gönne es dir sehr. Danke, Leute. Ich gönne es euch auch. Was war das für ein Geräusch? Es kam eine Frau von dir raus. Leute, ich freue mich so sehr. Ich bin so... Oh Gott. Ich will... Ganz ehrlich. Ich will meine Reaktion gar nicht sehen. Ich weiß nur, dass ich übelst gequietscht habe. Und ich habe Schicke weggeschossen. Es ist halt schon 23 Uhr 43. Ich musste mich zusammenreißen. Sonst hätte ich... Ich hätte alle totgeschrieben. Deswegen habe ich gequietscht. Ich quietsch einfach.